Jo, meine Freunde, was geht ab? Ich hoffe, alles klar bei euch. Bei mir ist auch alles klar. Ich hab grad das Video geschnitten, was ihr jetzt gleich sehen werdet. Und ja, normalerweise kommen ja meine Videos immer samstags raus. Es wird sich auch nichts ändern. Nur dieses Wochenende gönne ich mir eine Pause. Ich brauch auch mal eine Pause. Gönnt mir das, Freunde. Aber dafür gibt's jetzt gleich ein Vlog. Zweimal hintereinander jetzt, glaub ich, ne? Ist ja nicht schlimm. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Würde mich richtig freuen, wenn ihr damit Spaß habt. Und ja, gebt euch das und dann sehen wir uns am Ende wieder. Mama, runterhören, was los mit dir? Ich krieg meine Arme nicht hoch. Ja, Mann, das wird die ganze Zeit... Freunde, was geht? Wir haben... Kennst du einfach... Ja, kennst du? Außen nichts kam mehr, digga. Der Junge verarscht mich jedes Mal. Er kommt, wann er will. Er kommt, wann er will. Er fährt einfach drei Stunden. Er labert, Jan, gebt mal Adresse. Ich so, okay. Dann sagt er, oh, ich kann doch nicht kommen. Ha, Polizei ist nicht... Tamaaam. Tamaaam. Ich hab einfach keine Freunde, die PS4 haben. Wir brauchen einen Controller. Lächerlich, war nur lächerlich. Richtig lächerlich. Lächerlich, wie ein Mensch. Lächerlich. Ey, kennst du die Leute, die Aufmerksamkeitsprobleme haben? An der Ampel und so stehen bleiben und so machen? Niemals. Kennst du extra nur fürs Video? Wie viel Euro in Mühe geschmissen gerade? Digga, drei Euro. Gib mal her. Tschüss, digga, geh. Ey, weißt du noch, Dings? Jetzt mal ohne Scheiß. Du hast mir bei Skype einmal gesagt, wenn du kommst, ich geb dir fünf Euro, weil ich irgendwas gemacht habe. Hä? Ich hab das nicht vergessen. Was? Du hast dich geändert, Alter. Guck mal, sowas vergisst du nicht. Sag doch, was dich geändert habe. Weiß ich nicht mal. Wallah, ich steu auf Koran. Ich hab dann gesagt, ja, okay, überweist. Also, ja, wenn du hier bist, geb ich dir fünf Euro. Jetzt geh. Wofür denn? Sag mir, wofür und ich geb dir fünf Euro. Nein, ich weiß nicht mehr, aber du weißt. Wenn du nicht mehr weißt, warum willst du dann? Sag, ey, mal Koran schaffst du, du hast vergessen? Nein, ich weiß, aber du musst auch wissen. Ja, also. Du musst auch wissen. Ich weiß nicht mehr, das war irgendwas, irgendwas. Dann hab ich erst gesagt, nein, da... Junge, fick mich für fünf Euro. Ich hab gesagt, ändert dein scheiß Bild, Digger. Du hast mich genervt. Ach ja, bei Whatsapp, ne? Ja. Ja, siehst du dich alle auf fünf Euro. Richtig Adels, Leute. Ich hasse alle Leute, die Bilder. Sag nicht, Digger, was schießt du Dicken mit fünf Euro geben? Ja, aber ich weiß nicht gleich, dass du auf einmal kommst, Digger. Ich renne auch, Leute. Hinter uns ist ein Motorradbiker. Tamaaam. Okay. Tamaam, gerade ein Apfel. Jetzt hab ich Angst um mein Leben. Ich geh schon, Mann, Apfel. Wie hättest du die Eier so, so? Tamaa, Digger. Ja, ich hab nur Kleingeld dabei. Ja, gib Kleingeld. Ich hab kein Kleingeld. Nein! Nein! Kann ich aber auch wechseln, Digger? Ja, kannst du auch wechseln. Es ist voll kalt draußen. Ich übertreibe da. Es ist gar nicht kalt. Junge nicht. Warte, ich hab keinen fünf Euro dabei. Ich geb dir zu Hause. Ich geb dir zu Hause. Ich fuck dir richtig ab, Digger, weil ich gerade geblitzt wurde. Wo aber, ja? Digger, Dortmund, Digger. Ich mach immer so. 20 km, darfst du schnell fahren, dann ist nur Geldstrafe. Und ich mach immer genau 20 km, fahr ich immer zu schnell. Und dann wurde ich geblitzt. Weiß nicht. Okay. Ja, okay. Okay, okay. Gut, dann melde ich mich gleich wieder. Ja! Auf Wiedersehen. Jedes Mal. Jedes Mal, Digger. Ja! Nein! Jawoll, Digger. Ist das dein Ernst, Digger? Safe. Ist das dein Ernst, Digger? Digger, 10 Euro, safe direkt. Spiel, du Bastard! Digger, was war das für ein Glückster? Sag mal bitte. Triss ja mich nicht, Junge. Unten links. Schwuchtel. Du bist wieder gesprungen, Digger. Wieder gesprungen, Digger. Wieder gesprungen, Digger. Werden, ich rege euch auf den Tiefen. Hahaha! Hahahaha! Digga! Guck mal, dein Torwart, guck mal, mein Torwart! Digger, sind dich selten? Gib doch Elber in den Mann! Du hast Elber gegeben! Ja, Leute! Juck dich! Sei mir ehrlich, bist du hier schon mal runtergeflogen? Ja, einmal. Und, hat dir getan? Nein, hat gut getan. Wenn man hier runterfliegt, kann doch sein, dass man da rüberfliegt, oder? Ja, Wallah. Bist du schon mal rübergeflogen? Nein, aber fast. Direkt beim ersten Mal auch noch. Ja, Freunde, erfolgreich verloren. Alter, Digger, das ist wirklich witzig. Drei Elfmeter, richtig lächelig. Du bist die Tür hier. Ja, du musst hier und so runter. Ja, Junge, das ist doch dein Zuhause. Willst du dir auf Bett liegen? Willst du was zu dringend mitnehmen? Ja, dir gern. Du hast gern Wasser, Wallah. Probier mal, du hast bestimmt noch nie getrunken, diese Wasser. Doch, dir gern mal Fußball. Aber kickl nicht, Bruder. Boah, ich gab schon kein Kickl. Ja, ich hab noch Dings. Ja, ich hab noch Dings. Ein Stück nur. Halt die Fresse, nimm doch mit, Digga. Junge, wenn Can sagt, er gibt dir, dann gibt er dir hier. Ehrenmann. Kennst du, das hab ich direkt gesichtet, als ich hier hinkommen bin. Kennen die Leute, die gehen einfach in den Kühlschrank. Aber ist dir egal. Kennst du, wenn deine Mutter sieht, ich krieg raus, warum? Mama, Mama, ich hab dich lieb. Mama, Mama. Komm, Mama. Wirst du aufgegangen? Ja, ja. Dann wird's locker. Ja, auch nicht. Boah, das hat mich nur für sich beeindruckt, Digga. Keine Ahnung. Junge, sag doch einmal wenigstens vorher Bescheid, Digga. Ja, das ist doch geil, also. Ich sag auf euch, ich bleib Bescheid, dann wäre langweil. Voll geil, ja. Ihr wollt gar nicht wissen, was... Na ja, komm. Das rauscht mal ein bisschen. Junge, wenn du willst, dann ganze Packung mit. Nein, nicht. Auf hart. Nimm mit, Wallah. Er hat schon überall angefasst, Bakterien A bis Z, Digga. Nein, nix, Türbe, Digga. 15 Euro auf deinen Nacken, Alter. 2 Euro krieg ich jetzt, Kaution, Alter. Ich hab ja noch gar nicht gesagt, Dings. Ihr wollt geblitzt beim Hinkommen, deswegen musste ich Dings. Deswegen kommt ihr hin und zieht mich ab, Digga. Jawohl. Die Kamera ist eigentlich schon überall, ja. Richtig geil, Bruder. Nimm mit, Bruder. Nimm auch Salah mit. Hast du was vergessen? Patlatma! Stimme! Ich weiß nicht, was bei dir in... Ich weiß nicht, was bei dir in... Bad Pimmel, Alter, ihr sch***. Ne, war gleich was drin. Wer ich nicht drin, lass mir nicht ein Hund. Huff. Hör, mach dich nass, Digga. Kein Bock zu putzen. Jungs, lass das da drinne. Kennst du, da hess ich nur meinen Blick in den Reckhuff? Du wirst ein Digga mit Fehlern sein. Ich glaub, du überholst, Bruder. Bleib. Hast du was noch nicht mitgenommen? Hast du... Ah, gut. Kennst du keinen Schlüssel, wenn ich nicht reinkomm? Man sieht voll viel, ja. Ja, auf jeden Fall, Leute. So schnell verdient man, ähm... So schnell verdient man 10 Euro. Ich hab euch doch schon am Anfang gesagt. Kennst du einfach den Kamera... Ich geb ihm jetzt nochmal 2 Euro für den Kontroller, den er aussieht. Das hier, Bruder. Spende, blöd. Salam, Digga. Kennst du einfach den Kameramogeln? Er schneidet eh raus. Wissen jemand, wo du hinfährst? Oder darfst du das hin? Nein, das bleibt geheim, wo ich jetzt hinfahre. Gute Fahrt, kennst du das Video gut, wenn man so... Gute Fahrt wünscht, Digga. Ja, so Gangster, richtig Fahrt. Ja, denn wir sehen uns dann, ne? Jalla, Bruder. Haltung, Bruder, wir sehen uns. Fahr vorsichtig, Digga. Überholst, wo gehört nicht dein Vater. Ja, Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch. Das würde mich richtig freuen. Was wollt ihr nächste Woche Samstag sehen? Das Frage-und-Antwort-Video, was heute rausgekommen wäre? Oder wollt ihr sehen, wie ich wieder FIFA spiele? Ich hab's wieder geschafft. Ich brauch wieder nur ein Spiel bis Liga 1. Ihr dürft entscheiden. Schreibt's in die Kommentare, Freunde. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche. Ciao. Hey, mein guter Freund hier. Hab mich dann von A nach Z gefahren. Was ist los? Warte mal kurz. Was ist los? Los los. Los los.